Management. Eine Herausforderung für uns alle. Management beginnt erst mit kreativem Denken. Ich will es einmal so formulieren, wenn Sie und ich es nicht schaffen, den richtigen Weg zu finden, die Konkurrenz schläft nicht. Das sollten Sie nicht vergessen. Wir wollen uns in den nächsten Minuten damit beschäftigen, wie wir generell unsere Aktivitäten in der Arbeit als Manager bei dem, was Sie und ich tun, Tag ein, Tag aus, kreativer umsetzen können. Wir werden uns dazu ein Verfahren ansehen, das wir nur auf unser Anforderungsprofil anpassen müssen und das es uns ermöglicht, viel mehr als unser eigenes kreatives Potenzial, das kreative Potenzial und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter zu fördern. Wer sich unterhalten will über Management, der sollte zuerst den Begriff definieren. Ich habe einige tausend Manager, nicht nur dieses Landes, sondern auch der ganzen Welt gefragt, wie Sie den Begriff Management am treffendsten definieren würden. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich höre, wenn ich 20 Personen in der Gruppe habe, 20 verschiedene Antworten. Und über die Jahre bin ich zu einer Definition gekommen, die ich Ihnen mitteilen möchte und die wenigstens nach meiner bescheidenen Meinung genau zutrifft. Management ist die Fähigkeit, sich der freiwilligen Kooperation seiner Mitarbeiter zu versichern und vorhandene Aktiva dafür einzusetzen, eine Reihe von angestrebten Zielen zu erreichen, mit anderen Worten, Ihr Projekt umzusetzen. Sehen wir uns das näher an. Sich der freiwilligen Kooperation seiner Mitarbeiter zu versichern. Wieso habe ich freiwillig gesagt? Hand aufs Herz, beantworten Sie mir eine Frage. Läuft in Ihrer Firma wirklich alles ebenso gut, wenn Sie fort sind? Genauso gut, als wären Sie da? Die gleiche Frage habe ich neulich auch einer anderen Gruppe gestellt und ein Teilnehmer hob die Hand und sagte, Bob, es läuft viel besser, wenn ich nicht da bin. Ich antwortete, vielleicht wollen Ihnen Ihre Leute damit was sagen? Sehen Sie, wenn es uns gelingt, unsere Mitarbeiter zur Kooperation zu motivieren, haben wir Mitarbeiter, die das tun, was ihre Aufgabe ist. Aber nicht, weil der Chef gesagt hat, tun Sie das. Sondern, weil Sie das Gefühl haben, dass Ihre Mitarbeit an dem ganzen Projekt sehr wichtig ist. Meinen Sie nicht? Das macht unsere Arbeit leichter. Wahrscheinlich ist Ihnen schon aufgefallen, wieso so viele Menschen Manager werden wollen. Sie sind scharf auf die neue große Mütze, auf der Manager steht, für jeden gut zu lesen. Ist Ihnen aber auch aufgefallen, wie es mit der Beförderung ins Management, trotz der schicken Aufschrift an der Bürotür, in der Realität meistens aussieht? Es sieht so aus, dass Sie eine Gehaltserhöhung von etwa 50 Mark die Woche bekommen, dass Sie dann aber dafür sieben Tage die Woche arbeiten müssen. Habe ich nicht recht damit? Aber warum ist das so? Der Hauptgrund ist, dass wir uns nicht um die freiwillige Kooperation unserer Mitarbeiter bemüht haben. Und solange uns diese freiwillige Kooperation fehlt, werden wir als Manager die ersten morgens sein, die zur Arbeit erscheinen, und die letzten, die wieder gehen. Und auf dem Nachhauseweg kann man uns beobachten, wie wir uns jeden Abend mit einem fetten, vollgestopften Aktenkoffer abschleppen, Unterlagen, die wir zu Hause aufarbeiten. Wenn unsere Mitarbeiter nicht bei jedem Projekt ganz bewusst mit uns kooperieren, wenn alle unsere Leute nur zwei Dinge motivieren, und zwar das Gehalt und ihr Feierabend, dann wird irgendjemand dafür doppelt arbeiten müssen. Und das ist in den meisten Fällen leider der Manager. Also es geht um die bewusste Kooperation seiner Mitarbeiter und darum, auf effektive Weise andere Aktive einzusetzen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Effektiver Einsatz anderer Aktiver, was meinen wir damit? Ihren Grundbesitz. Sie haben Häuser, Sie haben Geld. Das alles sind andere Aktiver. An dieser Stelle möchte ich so etwas wie einen neuen Denkansatz für Sie aufgreifen. Sie managen Mittel und Aktiver. Sie führen Ihre Mitarbeiter. Und wenn Sie diesen Gedanken mit der Zeit verinnerlichen und anfangen, das zu praktizieren, wenn Sie ganz genau das tun, was erfolgreiche Führungspersönlichkeiten tun, und wenn Sie auch das tun, was gute Manager tun, was die Verwaltung von Aktiver angeht, wissen Sie, was Sie dann rausfinden werden? Sie werden feststellen, dass Sie wesentlich mehr von Ihren angestrebten Zielen erreichen werden als bisher. Sie werden mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass wenn ich die Mütze mit der Aufschrift Manager aufsetze, ich damit automatisch auch eine ganze Menge Verantwortung auf mich nehme. Sie stimmen mir doch zu. Sie wissen ja, Manager sind verantwortlich für wahnsinnig viele Dinge. Ich möchte, dass Sie einen Augenblick darüber nachdenken und ich möchte, dass Sie mir dann sagen, was, und das sollten Sie gut überlegen, was Ihrer Meinung nach in der Verantwortung die Nummer 1 ist, die wichtigste Aufgabe für jeden Manager. Schreiben Sie es auf. Also, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, was Sie aufgeschrieben haben. Ich musste oft lächeln, wenn ich anderen Führungskräften diese Frage gestellt habe. Wie zu Ihnen sagte ich, schreiben Sie auf, was Sie für die wichtigste Aufgabe eines Managers halten. Sehr oft sah ich dann jemanden, der ein oder zwei Worte aufschrieb, das Brett und den Stift wieder zurücklegte und sich entspannt zurücklehnte. Ohne, dass ich auf seinen Zettel schaue, weiß ich, was er geschrieben hat. Und wissen Sie auch, warum? Ich habe diese Frage schon Tausenden von Managern auf der ganzen Welt gestellt und ich bekomme ständig dieselbe Reaktion. Es stehen da meistens nur zwei Worte. Gewinn machen. Jeder wird sagen, das ist richtig, dafür sind wir verantwortlich. Wir sind in der Firma dafür verantwortlich, Gewinne zu machen. Wie sieht aber die Zukunft für Sie aus, wenn Sie dieser Verantwortung nicht gerecht werden, wenn Sie die Firma nicht mit einem hübschen Gewinn in die Jahresbilanz führen? Die hübsche kleine Erfolgsleiter, die Sie mühsam heraufgestiegen sind, müssen Sie wieder runtersteigen, nur schneller. Und mit einem Schlag wären Sie wieder da, wo Sie angefangen haben, richtig? Natürlich habe ich von einigen Managern auch andere Antworten erhalten. Ich möchte Ihnen eine nicht vorenthalten. Ich bin im Grunde meines Herzens fest davon überzeugt, dass von all den Dingen, die ein Manager zu tun hat, die wichtigste Aufgabe, die vor allem anderen steht, die wichtigste Aufgabe eines Managers ist, seine Mitarbeiter aufzubauen, damit Sie in Ihrem Job erfolgreich sind. Denken wir darüber nach. Nehmen wir an, ich bin der Manager und ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter in der ersten Reihe. Sie arbeiten alle für mich. In Ordnung? Und nicht ein einziger von Ihnen ist bei der Arbeit erfolgreich, klar? Was heißt das für mich? Der erste morgens in der Firma, der letzte, der abends geht und ständig einen riesen Aktenkocher mit mir rumschleppen, denn ich muss den Laden ja in Schwung halten. Es könnte auch anders sein. Nehmen wir an, diese fünf Leute, die für mich arbeiten, die mir unterstellt sind, diese fünf sind jeder für sich, jeder Einzelne, ein besserer Manager, als ich es bin. Jeder Einzelne von Ihnen kann seinen Aufgabenbereich viel besser überblicken als ich und darin erzielt er auch noch hervorragende Resultate. Und das Tolle ist, Sie arbeiten alle fünf nur für mich und jetzt sagen Sie selbst, habe ich damit nicht den Vogel abgeschossen? Sie sehen, Sie haben die Chance, das selbst in die Hand zu nehmen. Wenn ich meine Mitarbeiter aufbaue und dafür sorge, dass Sie erfolgreich sind, habe ich die Sonnenseite des Lebens erreicht und ich führe ein Leben, wie es mir gefällt. Eines der Privilegien, die einem Manager zustehen, im Gegenzug dafür, dass er so viel Verantwortung übernimmt, ein Recht, das, wie ich finde, jedem Manager zustehen sollte, ist, dass er zur Arbeit kommt, wenn er will, erst um halb zehn, zehn, denn in der Firma läuft alles. Denn wenn mein Team ein erfolgreiches Team ist, brauche ich mich nicht drum zu kümmern, habe ich recht? Es sollte mir auch jederzeit möglich sein, die Firma nachmittags um halb drei zu verlassen, wenn es mir gefällt. Und zwar deswegen, weil ich ein Team von Gewinnern habe, das ich dazu gebracht habe, erfolgreich für mich zu arbeiten. Denn ich habe sie motiviert, mich ihrer bewussten Kooperation versichert. Und ich kann mich endlich auch mit den Annehmlichkeiten beschäftigen, die mir in meiner Position zustehen. Damit haben wir zwei der für uns wichtigsten Eckpfeiler. Zuerst, was ist Management? Sich der freiwilligen Kooperation seiner Mitarbeiter zu versichern und vorhandene Aktiva effektiv dafür einzusetzen, eine Reihe von angestrebten Zielen zu erreichen. Der zweite und genauso wichtige Eckpfeiler heißt Verantwortung. Wenn wir jetzt noch wissen, dass die Hauptverantwortung darin liegt, unsere Mitarbeiter aufzubauen und erfolgreich zu machen, können wir uns in Ruhe mit dem eigentlichen Vorgang des Managements beschäftigen. Wir haben gesagt, Management fängt beim kreativen Denken an. Wenn Sie keine guten Ideen haben, Ihre Konkurrenz fällt sicher etwas ein. Sie sehen schon, das steht auf unserer Liste ganz oben. Denn das ist es, worum es geht. Die Fähigkeit, kreativ zu denken, entscheidet über unsere Zukunft. Wofür brauchen wir kreatives Denken? Ganz einfach, wir brauchen kreatives Denken bei allem, was wir tun. Egal, ob Sie ein guter, ein Spitzenmanager sind oder ob Sie zu den vielen tausend Namenlosen gehören, ganz egal. Sie tun fünf Dinge. Tag ein, Tag aus. In der Firma, für die Sie alle jeweils arbeiten. Und das wären diese fünf wichtigsten Aufgaben, die ein Manager zu beachten hat. Das sind Planung, Organisation, Führungsaufgaben, Koordination und Kontrolle. Und wenn ich es jetzt verstehe, einen kreativen Denkansatz in meine Planung einzubringen und ebenso an den Aufgabenbereich Organisation kreativer herangehe und wenn es mir gelingt, meine Führungsaktivitäten kreativer umzusetzen und darüber hinaus noch meine täglichen Koordinationsaufgaben kreativer behandle und wenn ich mit einem kreativen Denkansatz bewirke, dass Kontrolle eher positiv als negativ auffällt, dann bin ich schon auf dem besten Weg, mir ein hervorragendes Team aufzubauen. Ein Team, das hoch motiviert ist, die Aufgaben, die ihm gestellt wurden, zu erfüllen. An diesem Punkt wollen wir das noch einmal zusammenfassen. Wenn wir unsere fundamentalen Funktionen mit kreativem Denken beleben wollen, also diese fünf Punkte Planung, Organisation, Führung, Koordination und Kontrolle, dann handelt es sich in erster Linie um intellektuelle Arbeit, die Sie an Ihrem Schreibtisch tun. Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch und tun nichts weiter als kreativ zu denken, während Sie planen, organisieren, führen, koordinieren und kontrollieren. Sie gehen also mit kreativem Denkansatz an diese fünf Funktionen heran. Doch dann kommt irgendwann der Punkt, an dem Sie Ihre Planung vom Schreibtisch in die Tat umsetzen müssen. Nachdem wir die Planungsphase hinter uns haben, kommt nun der nächste Schritt. Wir befinden uns jetzt in der Aktionsphase. Die Aktionsphase im Management besteht aus zwei Teilen und das sind Kommunikation und Delegieren. Hier nimmt der Manager seine kreativen Pläne, die er gerade erarbeitet hat, und er geht los und er präsentiert sie und delegiert sie auf effektive Weise an seine Mitarbeiter. Nun gut, wie sieht das aus? Sie nehmen also Ihren gut ausgearbeiteten Plan, Sie rufen dann Ihr Team zusammen und weisen es ein. Sie erklären jedem einzelnen Mitglied in Ihrem Team ganz genau seine Aufgabe. Und dann läuft alles so, wie Sie es geplant hatten, nicht? Gut, könnte es passieren, dass irgendjemand daherkommt und versucht, Ihren Plan, mit dem Sie sich so viel Mühe gegeben haben, zu Fall zu bringen? Darauf können Sie Ihren Jahresurlaub verwetten, stimmt's? Irgendjemand wird versuchen, Ihre Pläne zu durchkreuzen oder zumindest zu erschweren. An dieser Stelle muss der Manager reagieren. Die Reaktionsphase im Management teilen wir in zwei Kategorien, Problemanalyse und Entscheidungsfindung. Wenn Probleme auftauchen, wenn der Weg vor uns von jemandem versperrt wurde, wenn jemand eine Barrikade errichtet hat, werden wir wieder einen kreativen Denkansatz benötigen, um das Problem zu lösen. Und hier kommt ein mächtiges Konzept ins Spiel. Nehmen wir Folgendes an. Ich fahre eine Straße entlang. Aus irgendeinem Grund hat ein Idiot vor mir eine Straßensperre errichtet. Ich komme nicht weiter. Und jetzt geschieht Folgendes. Jeder durchschnittliche Manager, ich wiederhole, durchschnittliche Manager, der durchzukommen versucht, wird an diesem Punkt aufgeben und den Kopf in den Sand stecken. Wissen Sie, ich habe es versucht. Das konnte ja so nicht funktionieren, aber ich habe es wenigstens versucht. Zu diesem Ich-habe-s-ja-versucht, lassen Sie mich ein kleines Anschauungsbeispiel geben. Wenn ich Sie um Ihre Hilfe bitten dürfte, würden Sie bitte versuchen, alles, was ich von Ihnen möchte, ist, dass Sie versuchen, mir diesen Stift wegzunehmen. Äh, das versuche ich doch gleich nochmal. Diesmal bin ich vorbereitet. Hier, diesmal bin ich vorbereitet. Er war zu schnell für mich. Also versuchen wir das Ganze nochmal. Nehmen Sie mir den Stift weg. Ach, oh. Er hat es zweimal geschafft. Hat er es versucht? Oder hat er den Stift gekriegt? Lassen Sie mich Ihnen erklären, was versuchen heißt. Das Wort versuchen ist eine Art Schild, ein Schutzmäntelchen, eine ganz billige Entschuldigung, hinter der sich ineffiziente Manager verstecken. Es ist eine Wand, die Sie schützen soll. Sie kommen dahinter hervor und sagen, ich hab's versucht. Sie denken wirklich, dass Sie hinter dieser Schutzwand Ihr Versagen verbergen können. Sie haben nicht versucht, mir den Stift aus der Hand zu nehmen. Sie haben ihn genommen. Das nächste Mal, wenn Sie merken, dass Ihnen diese Wörter über die Lippen kommen, dann nähen Sie sich einfach zusammen. und anstatt dass Sie sagen, ich hab's ja, könnten Sie sagen, nein, ich hab mein Ziel nicht erreicht. Ich hab versagt. Sie werden erwidern, Bob, Sie sind aber ganz schön hartgesotten. Sie haben völlig recht. Das nächste Mal, wenn Sie von einem Ihrer Mitarbeiter etwas wollen und er erwidert, gut, Chef, ich werd's versuchen, unterbrechen Sie ihn sofort und sagen, warten Sie einen Moment, Augenblick, lassen Sie uns beide mal darüber reden. Werden Sie tun, was ich von Ihnen will? Oder werden Sie es nur versuchen? Tun Sie mir einen Gefallen, erzählen Sie mir nichts über die Geburtswehen, Partner. Zeigen Sie mir das Baby. Kommen Sie mir nicht mit einem Haufen Entschuldigungen und Ausreden. Ich will nur Resultate sehen. Ich hab's doch versucht. Nein, Sie versagen. Oder Sie erreichen das Ziel. Entweder oder dazwischen gibt es nichts. Haben Sie den Mut, nicht nur selbst mit dieser Gewohnheit zu brechen. Wenn das nächste Mal jemand aus Ihrer Organisation kommt und sagt, ich versuch's, unterbrechen Sie ihn sofort. Fragen Sie ihn, tun Sie es oder tun Sie es nicht. Entweder tun Sie es oder Sie lassen es. Welche der beiden Möglichkeiten wählen Sie? Sehen Sie, Ihre Mitarbeiter glauben nämlich, dass Sie sich mit den Worten ich versuch's ohne größere Schwierigkeiten von Ihrer Verantwortung freisprechen können. Wenn Sie eine Straßensperre vor sich haben und Sie überlegen, wie Sie sie überwinden, umfahren oder untergraben können, gehen Sie mit einem kreativen Denkansatz ran und Sie finden die Lösung. Kreatives Denken räumt die Sperre weg. Es wirft die einfache Frage auf, wie ich es bewerkstellige, das Hindernis zu überwinden, zu untergraben, zu umfahren, einfach durchzustoßen oder das verdammte Ding notfalls in die Luft zu jagen. Und wissen Sie was? Sie hatten noch niemals ein Problem. Sie hatten noch niemals ein Problem, dass Sie wirklich lösen wollten. Ich rede von etwas, das Ihnen wirklich am Herzen lag und abgesehen von einer Krankheit, die Sie hindert, dass Sie nicht wirklich gelöst haben. Habe ich recht? Da geht's Ihnen genauso wie mir. Fassen wir noch einmal zusammen. Wie Sie sehen, fängt alles mit kreativem Denken bei den fünf fundamentalen Funktionen des Managements an. Planen, organisieren, führen, koordinieren und kontrollieren. Sie erarbeiten einen Plan. Diesen Plan setzen Sie in die Tat um, indem Sie ihn erklären und ihn delegieren an Ihre Mitarbeiter. Sie reagieren, soweit notwendig, und zwar mit Problemanalyse und Entscheidungsfindung. Und herauskommt, je nachdem, wie gut Sie Ihre Aufgabe gelöst haben, die von Ihnen gewünschte Motivation. Und denken Sie bitte immer daran, Motivation, liebe Freunde, ist nicht eine Fähigkeit. Motivation ist ein Endergebnis. Notieren Sie sich das ruhig. Ihre Fähigkeit zeigt sich darin, wie gut Sie Motivation schaffen können. Das ist die Herausforderung im Management. Tun Sie Ihre Arbeit gut und Sie werden zweifellos Ihr Endergebnis erreichen. Die Motivation. Wenn Sie es erreichen wollen, eine hochmotivierte Mannschaft zusammenzubringen, die harmonisch zusammenarbeitet, sodass Sie die ihr gestellten Aufgaben Ihrer Firma erfüllen kann, setzen Sie sich hin und denken Sie drüber nach, inwiefern es Ihnen möglich ist, kreativer zu denken. In der Planung, Organisation, Führung, Koordination, Kontrolle, Problemlösung, Kommunikation, etc. Und ich denke, Sie werden gewiss feststellen, dass Ihre Mitarbeiter viel bewusster mit Ihnen kooperieren und Sie damit in die Lage versetzen, die Verfügbaren aktiver, effektiver einzusetzen, damit Sie zusammen mit Ihrem Mitarbeiterteam und Ihrer ganzen Organisation die von Ihnen angestrebten Zielvorgaben zuverlässig verwirklichen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.